Guten Tag, mein Name ist Tang Jingwa. Ich bin 16 Jahre alt und bin eine Schülerin in der 7. Klasse. Ich komme aus Nanjing, China. Mit 4 habe ich mit dem Klavierspiel angefangen und bis heute spiele ich seit 12 Jahren Klaviers. Seit meiner Kindheit ist die Musik und Klaviers mein Lieblingszimmer. Schon seit sehr lang weiß ich, dass ich Musik studieren möchte. Aus der Musikhauptstadt ist Wien, meine Lieblingsstadt. Wien hat alles, was in meinem Herz liegt. Beethoven, Haydn, Mozart, Musikverein, gute Konzerte, großartige Werke und natürlich auch die besten Universitäten der Musik und die besten Professoren. Täglich 5 bis 6 Stunden üben ist der Genuss für mich. Es ist mein Ziel, Musik zu studieren und ist es mein Traum, in Wien an ihrer Universität zu studieren. Mich heißt der professionelle Musikunterricht und einzigartige Atmosphäre ihrer Universität. Besonders liebe ich die Professoren und Küstler hier, welche ich in meiner Heimatstadt nicht bekomme. Ich möchte Sie sehr gerne persönlich kennenlernen und von Ihnen gelernt zu werden. Deswegen bewerbe ich für das Vorstudium bei Ihnen. Ich werde mein Bestes geben und fleißig üben. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und jetzt darf ich für Sie spielen. Ich bedanke mich 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 für Sie spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020